Wir fahren in Dortmund, der Jupp ist richtig gut drauf, total fit, trinkt ab heute richtig viel, der fängt so viel an Alkohol. Ich trinke mich nicht mehr. Vor allem Fleisch zu essen, der nimmt nichts mehr. Nein, der Rote Karte darf nicht stehen. Nein, der Rote Karte darf nicht stehen. Nein, der Rote Karte darf nicht stehen. Ja, ich kann doch nicht. Nein, der Rote Karte darf nicht stehen. Die dann aber richtig bitte, ne? Was ist los? Ja, die Smiglav hat mir im Matheunterricht diese Nummer gegeben. Die wollte mir Nachhilfe geben. Ich hätte gern... Ja, hat sie mir gegeben. Genau, Andernach. Und dann 44365. Die Smiglav, die hat gesagt, die wohnt bei Ihnen. Und die wollte mir Mathe-Nachhilfe geben. Wichtig. Sie haben keine Wohnung? Nee. Ja, aber am Montag schreibe ich jetzt eine wichtige Mathearbeit. Und die Smiglav wollte mir Nachhilfe geben. Und das geht nicht. Ich muss die wirklich bestehen. Nee, nee, nee. Doch. So Kinder habe ich nicht mehr. Sie haben keine Kinder? Wie die Smiglav? Sie sind aber alle über 30. Sie sind alle über 30? Ja. Sie sind ja bestimmt schon verheiratet, oder? Jawohl. Oi. Schön. Schön. Schön ist das Leben in Andernach, oder? Ja, doch. Sicher. Der eine ist 49 Sternen. Ah, der ist 46. Ei, ei. So alt. Da haben die ja selber schon Kinder sogar. Ja. Vielleicht heißt von denen ja einer Smiglav. Und wir sind nächstes Jahr... Ah, dann weiß ich wie. 50 Jahre verheiratet. Oh, goldene Hochzeit. Ja, dann weiß ich jetzt, wo der Fehler liegt. Die Smiglav ist dann bestimmt Ihr Enkel. Wie heißt die? Smiiglav? Ne, die kenne ich nicht den Namen. Doch, die hat gesagt, die Nummer hier. Dann rufen sie meine Oma an und dann machen wir einen Termin. Also, den Namen kenne ich nicht. Ich hab'n Enkel, die heißt Julia. Ach genau, Julia war's. Ja, genau. Julia Kröfmann? Ja, genau. Die war's. Die ist ziemlich hübsch, ne? Julia in den Wassergeil. In den Wasserkaul? Ja, Wassergeil heißt dat. Wie heißt dat? Wassergeil. Wassergeil? Geil. Geil. Mit zwei, äh, mit A und zwei L. Wassergeil. Ach da. Ja, sowas hat die gesagt. Genau. Jetzt weiß ich wie er. Die heißt aber Kröfmann, nenn ich Fuchs. Ja, der Nachname spielt ja keine Rolle. Hauptsache, die heißt Julia. Ja, die heißt Julia. Ja. Die ist auch sehr hübsch und so hab' ich gehört. Nicht? Ja, die haben nur hübsche Kinder. Ja, ja, klar. Andernach haben nur hübsche Kinder. Hör mal, dann werden die alles von der Oma geerbt. Bitte? Das haben die alles von der Oma geerbt. Alles von der Oma geerbt. Alles von der Smeagel hab' geerbt. Aber ich geh' jetzt mal in Burger King, ja? Ich geh' jetzt mal in Burger King, ich muss was essen, weil ich hab' gestern echt viel gesoffen und mir ist schlecht. Das ist nicht so schlimm. Okay. 3,4 von einem Kotze. Nee, das passt schon. Ich kotze nicht vom Alkohol. Okay. Dann Gruß an die Smeagel hab' dann bis nächste Woche, ja? Ja. Kümme nicht mal vorbei. Ciao. Ja. 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 schlafen vor der Straße. Das ist kurios. Die Mutter hat auch Frauentausch mitgemacht. Hier am Gravel Pit. Kurioses Nachts in Mönchengladbach. So geht das hier ab. Kennt man sonst noch mal RDR2-Exkursie? Die versorgensten Kinder. Und er ist mittendrin. Ja, er ist mittendrin. Dann war's heiß. DDR-Promo-Action. Pass auf, dass er dich nie sieht. Da ist er, der Jupp. In Weikersheim, Würzburg. Da ist er. Da ist er, der Zwemmer. Grüß euch. Ich glaube, ich gehe mich warm. Da kommt der, da kommt der, da kommt der, da kommt der Tim. Der kommt nach. Der hat gerade eben wieder eine Bombe in die Toilette gesetzt. Glaubet mir. No regrets. No regrets. Das macht Licht. Ach, no regrets macht er. No regrets. Hat er schön die Bombe da reingezischt, Leute. Das war echt... Ich komme da rein und denke, boah, shit. 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 Im wahrsten Sinne des Wortes? Richtig. Und jetzt wird das wieder da auch. Und jetzt wird man erstmal schön die Toilette getaggt. Ich hab erstmal getwittert. Gibt's Wildmaterial auf Flickr, Leute. Auf Flickr, ja? Flickr, Fotos, TNR Go oder so. TNR Go 2.0. Assi Go! Assi. Assi Fish. Waaaaaach Woaaahhhh So gut. Jetzt musst du auch abkucken, also sonst geht's doch nicht. Wir haben ein Video gemacht, die ganze Zeit. Du aber. Ich war schon weg. Nein, dann reiherst du. Hör auf, hör auf. Nein, hör auf. Nee, du reiherst. Ich habe schon den ganzen Mess geschrieben. Das fühlt sich so gut an. Danke, T-Mobile. Oh nein. Caro, das ist für dich. Hat der Bock. Hat der Bock, Caro. Hat der Bock. Mir fehlt gar nicht viel ein Klick. Nur, dass du mir versprichst. Dass du immer so bleibst für ein Leben lang. Ganz egal, was passiert, was sich auf uns bewegt. Ganz konstant auf meinem Weg. Wir hatten uns Max'n Spruch auf die Jacke hüllt. Mitte 20 und doch schon ne Menge erlebt. Oh, ist ganz geil. Nee, das ist ein Video, ne? Aber ist auch geil soweit. Das war's, was uns wichtig schien. Doch, wegen viel zu viel Stress und so mancher Substanz. Hatte ich kurz das Ziel aus den Augen verloren. Und damals hast du mir geschwollt.